jo leute und damit willkommen zu einem neuen projekt mit mir und flash mit centos high five auf mich bewusst auszuschlagen aber wir bei bekloppen im survival jetzt ja aber so richtig oh mein gott ist das laut wie wollen wir das machen zusammen steinig sammeln holz oder was ich habe schon ein paar steine du weißt wie das ist für eine axt dann sind post und nicht ich fresse aber alles sonst schläfst du ein das war mein gesicht bei mir bekommt man kein holz raus ja wir hatten wieder unseren spaß ich kann die spitzkirche bauen jetzt schon wieder gemacht so wir haben noch zusätzlich bei uns im inventar ein reizsattel ein hut skin und irgendwie so ein brillens kinder die du glas gehen ich glaube das sind nur für die dinos ja ach ich steine warum aber ich habe gewinn die hat jeder drin ich hab ne spitzkirche schon drum ich hab so viel flinder ein flinder erreicht ach so wie ist das mit dem leveln willst soll ich waffen machen und du klamotten oder wie oder andersrum lass uns erstmal keine ahnung das ist blöd lass uns mit werkzeugen und waffen das also ich wollte axt und sperr machen ich habe a i gemacht ja dann würde ich jetzt wenn du eine axt gemacht hast ich bin ich habe noch nicht gelevelt glaube ich doch ich kann leveln ja weil axt und ich nehme das feuer dazu weil ich wollte dann ich gehe mal auf stamina mach dann den die axt und den speer dann würde ich als nächstes verpist scheiße dummes drecksvieh lauf aber wo meine knochen sind jetzt schon gebrochen what the fuck das fies bei dir eine spitzhacke reingelaufen wenn man nix sieht wenn man am baum machen ist und der direkte reinläuft ist sound 1 ja ja sicher aber wir sind auf jeden fall wieder gut dabei ich mache jetzt mal was mache ich denn diesmal für ein charakter hier ich will so ein zwergi machen du sollst keinen charakter erstellen warum nicht lass die charakter erstellung doch so wie die ist ich möchte ein zwerg sein jetzt wieder du bist so behindert manchmal ne ach na immer hallo oh nein ich höre schon die komischen dinger wieder warum erstellst du neuen charakter bist du dämlich nein doch bist du ich bin bob und dämlich muss sowieso den namen immer noch euren geben musst du nicht das musst du nicht ich kann ich denn sonst wie spawnen schick auf das erste teil klicken und nicht auf das zweite klick einfach nicht höre mich aufzutöten ich will nicht voll idiot ne echt nächstes mal machen wir auch gleich marka da vorne hin wo wir auch immer waren ich weiß gar nicht wo sind wir denn gespawnt hier ist flash ja dann müsste ich hier gleich irgendwo rumliegen hallo bist du ich sehe dich noch nicht mal da muss hier irgendwo liegen sieht man auf jeden fall ja aber das ist trotzdem recht dunkel warte mal options warum habe ich motion blue eigentlich an weiß ich nicht hab grad lag gehabt und läuft das flüssiger indem ich motion blue ausgemacht hab das auch noch drunter bin ich ich sehe mich nicht hallo hast du deine sachen jetzt warte mal hier ist irgendwas hier ist ein körper drinnen komme ich sehe dich ja auch nicht wie hell ist das bei dir sehr also da bist du doch aber warte mal bei mir ist das bei warte mal das ai gemacht ja was hast du eingestellt das ist keine ahnung wenn ich köfte gerade eine fackel siehst du mich jetzt ja jetzt sehe ich dich hier habe ich gelandet warte mal ob ich denn keine ahnung graphics habe ich noch mal eingestellt was weiß ich wo ich helligkeit eingestellt habe ich glaube ich gar nicht bei mir ist es nur sehr hell das ist mir direkt in die spitze geben rein und du hättest sie nicht angreifen brauchen eigentlich muss ich jetzt für jede fackelträger spielen also ich kann so arbeiten ja bei mir ist irgendwas eingestellt dass es richtung also bei mir scheint halt wegen dem turm alles zu hell ja aber bei mir ist das so dunkel dass ich kann was ihr warte macht kann ich die nicht droppen moment moment hinter die pass auf hinter dir hinter die hinter der hinter der hinter der hinter der hinter die da kommt noch einer ich bin ja gar nicht wieder gut nein habe ich schon mal gekriegt gekriegt muss man nicht bis vor dem ende location machen bei anders auch dort anders auch tot wackel an warte wirst du dich trotzdem ich sehe wo du bist aber das ist die richtung ich habe gemacht schon wie kann ich dir meine knochenbrechen weg ich glaube das ist die richtung was regnet toll warte mal wenn ich stelle ich hätte gleich noch mal und geht auch mehr im strand entlang irgendwo ja hier nicht deswegen nicht das ich glaube eben die zwei beeren ja klau mir doch mal die sachen ist klar ja ich habe hunger wo wir hier gerade ich nur rum ach so bei manchen dingen muss ich ich will starten okay machen die noch hallo aber die nummern möchten sie nicht weitergehen danke sehr find something to eat ja super alles klar machen wir das mal ich weiß ich nicht wo du bist ich weiß ich nicht wo du bist ich habe punkte zu vergessen wo muss ich dann wieder meine punkte lernen ja ja kein wunder dass du deswegen schon wieder so niedrige stelle warst oder was sollte ich dann noch mal mich das ist doch verteidigung oder nicht stamina stärke ich würde sagen aber eindeutig was zu essen jetzt ich bin auf null ich sagte ich warte die ganze zeit das ist doch jetzt endlich keine ahnung wie gesagt in der kotze gab ja nichts essen dass wir ein paar bären fix sammeln ich weiß nicht ich kann überhaupt nichts sehen ja ich weiß dass ich jung habe ich habe doch hat dir so viele bären gegeben junge aber ich habe glaube ich eine beere gefressen egal wir haben das 36 das dauert noch bis es tag wird habe ich noch mehr punkte zu verteilen eigentlich kannst du lagerfeuer machen ich habe ich glaube ich habe die materialien dafür ja machen ich mache jetzt noch was was lernen was das kinder das dafür brauchen wir aber dann leder dann können wir uns wenn ich wasser mitnehmen also kann ihn leder habe ich drei stück was auch nicht wurde wieder fallen und immer noch an der leiche wirst du nicht mal meine leiche rum weil daraus kriegt man nämlich auch fleisch und der ein rucksack ja da ist müll drin lassen nicht so kannst du lagerfeuer jetzt bitte bauen ich brauche jetzt 16 stein moment und einflimmt dann kann ich ein lagerfeuer bauen was gekackt und hier kann ich ja überhaupt alt und da meine kacke ich habe ich habe damit auch meine aa ein wenn du mit gern spielen möchtest man wie gesagt wir werden ihnen hier an der stelle nicht mehr aber erst mal ein feuer aufstellen ich habe hunger was wird auch fleisch dabei sechs stück nein nein abbrechen abbrechen das scheiß jetzt machen noch ein feuer naja für später ich habe sechs stück da jetzt reingetan holz musst du mein ja ich habe auch was reingemacht feuer an hier ist die gebrille wieder eingesammelt steuer an hier ist die gebrille wieder ich habe auch richtig viel selbst brauchen naja ich muss ja mal holz hacken ich sehe ja genug sehr ein bisschen ich sehe ja auch genug geht's jetzt sind so wieder einmal weg sind toll du brauchst ernsthaften lichter für damit die fiber und so einsammeln kannst eigentlich nicht doch sagt er dann ist der torch da muss ich die anwahl auflegen ich glaube ja muss ein ablegen ich weiß warum ich wollte keine ahnung warum man jetzt alles droppt dann und nicht nur eine sache blöd ja da steht doch eine seite wie du das machst wie du es auseinander nehmen kannst ja irgendwie mit schiff ist egal ah direkt waffen wieder repariert wieder geschissen oh metall wow oh du leckst lol ich lege yo tsa zwei prozent es geht für dich uninteressant ja auch noch ein bisschen eben so der anfang war echt mies nehmen aber jetzt geht das so langsam auf jeden fall naja gucken wie wir sowieso machen ich glaube der ts leckt wieder du mal eben ja schauen wir an den anderen ach naja ähm ich glaube ich glaube ich glaube ja oh SISI 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 sie bist du da kommt so warte ich fährst schnell die beinahe dann lass uns mal weg gehen ich fährst schnell noch die anderen hinterher ist klar das ist mal da lang geht ich muss noch sein muss noch was erledigen ist das schon leer aber ich musste dein leicht noch leiche töten das habe ich gesehen ich mache jetzt auch ein spiel ich könnte mir selber machen aber auch zu machen obwohl es könnte knapp werden im zeug moment ja ich mache jetzt gerade noch ein ich mache schon zwei stück lieber bei dir war die recht schnell kaputt geht nein okay jetzt habe ich drei was soll ich denn jetzt soll leveln also nicht wort das gehen wort das kind habe ich gelebt aber kannst du ja auch noch mal weiß nicht selber machen vielleicht habe ich gerade und ich mache ich mache jetzt schon mal den search foundation eine wall und da mache ich fange mit klamotten an weil dann können wir schon mal langsam auch anfangen uns eine hütte bauen komm lass mal weiter hukahaga 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 am besten einfach unterwegs immer drücken zu sammeln so ich darf gar nichts ich weiß nicht ob das teil dahinten schon und ist oder nicht ach so jetzt sind wir hier alles klar ich hatte mir beim letzten mal da hinten ist so eine kleine schlucht da hatte ich eigentlich reingebaut wo ich hier so war bei der ebene aber wir können ja auch ich habe die aus den augen verloren bis haben schon weiter gelaufen warum ist so weiter wo bist du denn ich bin ich doch hinter den roll wenn ihr noch nicht weitergegangen deswegen ach du scheiße guck mal dahin steht das verläuft das ist doch schön kräfte nein du bist doch irgendwie läuft da nicht da hinten weiter weg ist irgendwas gewesen was denn wollen wir hier aufbauen oder nein wir wollen hier nicht aufbauen lassen die wegs da auf dem berg das ist aber kein t-rex das ist auf jeden Fall eine kleine form da ist eine schildkröte ja trotzdem die gegend ist hier immer noch am besten ja dann können wir ja auch vor mein wegen würde ich sagen bleiben wir hier oben einfach drauf oder ich habe das aber mit dem kristall noch nicht gecheckt ja level abhängig ok ich gehe gleich los und besorgt das mal ähm kraften ok dann mache ich schon mal foundation wenn du irgendwas brauchst du holz oder so fuck ich kann vier wände bauen du musst foundations bauen ja wände brauchen wir nicht da brauchen wir wände wir können ja wände danach erstmal gucken wie groß wir es machen ne allgemein wir können auch das so machen dass wir schon mal schauen dass wir hinten richtung der wiese da dass wir da schon mal den so abstecken dass wir dann später nur noch woanders zu bauen bis nach hinten weg schon dicht ist den hässigen dino ich liebe keine auseinander zu fallen und dann so rechteckig sind nein schuld grüte geh weg von mir ich habe ein speer ja das wird dir aber nichts dir gesagt fragen ich habe doch mehr von denen gemacht ähm oder auch nicht war wahrscheinlich nur eine ok ja ja ähm ja dann komm gleich wieder komm du gleich wieder mal hm komm du gleich mal wieder wenn du bist du könnte eigentlich mal wieder ai machen also auf z gleich scheißen warte mal kann man jetzt einen punkt dahin setzen ja stimmt ja das war auf was auf p auf p ich mach das mal hier direkt hier oben drauf mhm p marker name mhm except fill all finds home oh mein gott wir brauchen glaube ich einen Kompass ne ähm wir sind ungefähr bei 80 60 ne auch stimmt äh ja aber wie achso achso da 80 60 ähm home late ist 60 und long ist 80 naja ich sehe wie ist die markierung an den seiten home ups PME ist klar accept ok das ist geil da ist ich glaube das weiß noch kaum einer ja wir haben 60 85 ja 60 85 guck mal ja solange das in der nähe ist ist das auch egal naja ist in der nähe auf jeden fall das reicht ja weil ich würde jetzt gerne mal eben bisschen fleisch besorgen ähm du kannst auch in flüssen sind fische gibt es auch fische die du einfach so jagen kannst ja mal gemacht jetzt ich frage sie auch ja aber ich sag ja nur ne mach mich bitte nicht kaputt ich bin ja mal gespannt was wir da schönes drin haben wo willst du hin ja zu dem licht da hinten ok boah das mit schwimmen ist echt noch nicht gut gemacht so wie kommt meinte ich ja die animation ist schon gut finde ich treff ich meinte ich trefft sie denn das mit dem speer von hier aus ne klar ich kann den werfen das weißt du ne wie der rechten mod sagst du kannst du den werfen den speer ja kann man ja naja hätte ich jetzt nicht gewusst ich weiß das doch ouch ouch piranhas ne hi oh mein gott ich sehe gleich schon eine meldung dass er tot ist komm schwimm schneller und er ist tot ich krieg gleich keine luft mehr ich tränke ouch 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 bei mir kam keine meldung bin aber tot ouch 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 killing yourself vielleicht hättest du noch gucken müssen dass du vielleicht irgendwie von außen kommst oder so ouch 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 das problem ist wenn wir wieder spawnen wir müssen extrem weit laufen naja dann musst du diese schlafsäcke ne warte mal ich probier was komm mal her schildkröte töte mich mal naja was hast du jetzt vor ich soll mich halt killen komm töte mich ich will mal was probieren weil wir haben ja den spawnpunkt eigentlich und der müsste eigentlich auf der karte markiert sein so wie ich das gerade ja schade das geht nicht okay schade es hätte sein können dass wir darauf drücken können und dann das bauen können schade aber sag nicht ich bin jetzt noch weiter weg fuck oh man das ist so gemein mit dem random spawn ja das ist das halt so lange hat man kein richtiges sieht man die fische sieht man die fische im wasser ja 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 okay ich will das nächste mal versuche hier nicht so lange zu schwimmen also dass sie ein bisschen umweg nehmen lieber oh cool ich glaube das ist meine anfangsleiche hallo anfangsleiche von mir ja klar nur mist schade wenn du achso okay jetzt weiß ich was ob shit in dem fall ist alles klar ich tue mir ein bisschen überhaupt nichts von mir selbst wie das ist so richtig leichenschändung ne ja das ist so richtig die bar kannibalismus ist das ja schon ja das ist es auch sondern dass du dich selbst essen kannst jetzt muss ich mal gucken wie viel fleisch habe ich noch wie das sollet in neun minuten ok später sind dann muss ich es beraten hm das vielleicht happy happy bekommt oder ich level und mache mir irgendwo ein feuer wenn du das in die kiste hast das freut auch später dann ja ja klar du hast ja keine kühlung hier oh da sehe ich noch einen fisch das ist nämlich kein mit dem fischen ich hätte den fisch fast getötet mit dem buch schwer ja du kannst auch ran schwimmen ja ich finde das geil mit dem sperr zu spielen hast du einen eintrag in dem buch bekommen mhm habe ich und nicht ertrinken alter junge idiot ich werde darauf geachtet ja trinkst du auch genug trinkst ne äh wie macht das ja wenn ich unter wasser bin trinkt der irgendwie automatisch ja das ist normal oh mein gott ich muss hier weg ich kämpfe gerade ein dino gegen den dino ja ja passiert mal oder ich misch mich mit ein ich kann sie auch mit einmischen aber nicht dass du stirbst dabei ne ich misch mich mal da nicht mit ein das kann der dino für mich machen und ich loote nachher das ist eine gute idee herr dino können wir uns drauf einigen ach das ist blöd jetzt ist da hinten der streiter der wahl weg bleibt leider nur eine bestimmte zeit wir müssen dann denken dass wir dann später noch ähm mmm mmm kisten machen unbedingt ja da ist das aus ok nein ich bin blind wo ist der kleine mini dino die jetzt gelootet ich geh mich gleich erstmal suchen ja ich mein den spärz verloren ja da hinten ist ganz in den so ein licht ne kann sein boah hab ich glück gehabt dass das für mich mich nicht gesehen hat eben aha ich muss mich halt auch hier durchschleichen meine fresse ey wenn du keine waffen hast dann ist das ein bisschen schlimm naja frage ich bin sie nach ihm und die nicht dürfen jetzt nichts mehr anlegen abtorn verdammte scheiße ich habe gemacht ich will das gut dass man machen kann verdammte raptoren